Nimm dir Pizzakartons oder Risswache zusammen mit deinen Freunden, also insgesamt müsst ihr acht Stück davon haben. Also, ihr könnt die Aufgabe auf mehrere Arten erledigen, landet zum Beispiel hier bei diesem Gulli. Über den Gulli kommt ihr in die Kanalisation zum Ninja Turtles Hauptquartier, dort findet ihr Meistersplinter, das wäre hier dieser NPC als Ratte. Bei ihm könnt ihr direkt die Pizzakartons kaufen, ihr könnt die Pizzakartons aber auch als Flurloot finden, so schauen die Pizzakartons als Flurloot aus. Schmeißt jetzt den Karton, dort könnt ihr dann die Pizzastücke essen oder einsammeln. Ihr habt aber auch die Möglichkeit die Pizzakartons bei den Ninja Turtles Verkaufsautomaten zu kaufen, das wären die grünen Verkaufsautomaten. Ich blende euch hier noch eine Karte ein mit den ganzen sechs Verkaufsautomaten, die ihr finden könnt.